Max Bietchamp unterwegs. Heute mit Gordon. Wir sind jetzt in Bremen gerade, Bremen Lesum. Wir haben gerade noch eine Gurke gejagt. Die Gurken sind immer zum Jahresende immer relativ erntereif. Und hier? Das sind die Wintergurken. Die Wintergurken, die guten. Die sind meistens am reifsten. Und wir haben hier einen Peugeot 206. Ja, der ist gar nicht mal so scheiße. Das war eigentlich relativ günstig, das Auto. Das flicken wir uns zusammen, die Tage. Und dann geht es weiter. Wahrscheinlich eines der Dinge, die erst Anfang nächstes Jahr kommen. Also Januar, die haben wir auch bei der Winterpause. Aber warum nicht, ne? Hier, Frühstück habe ich auch. Einen guten Würstchen dort, man kennt ihn. So, jetzt geht es weiter wieder in die Gurkenhalle. Weil wir um 15 noch einen Kunden, müssen wir es schaffen bis dahin.